Platt, platt, pavala papp. Ja, nun, das wär wär der Fredach. Und watt für'n Fredach. Keine Lüte, ob das Tod hier. Ich hab' ja fast den Entdruck, wie heft Sündach. Jo, aber, Gumpel in de Leben lobens. Ich führ' gestern wie Aldi. Das wär' so wie immer, der Lüte dicht an dicht. Ich begriff' das nicht. Und wie heft doch Corona. Jo, was will man doch wuppen, nicht? Jo, ich hab' ja klick an Aldi schrieben. Und hab' sich das so geil, das nicht. Und jetzt hab' ich auch unterschrieben, dass wir nicht mehr ruht können. Ich bin jetzt hier auf unserem Lüttenbalkon. Jo, und hier gab' mir das gut, eine frische Luft, nicht? Und so bläuch' ich ja richtig auf. Jo, ansonsten, was wür' denn das so weg? Absagen, absagen, absagen. Jo, wie kund' ich nach Bremen, nach Flashdance, das ging mir nicht. Wie kund' ich, du Emmas, Mutters 8. Geburtstag. Wobei, die Mutter erlebt schon gar nicht mehr. Wie wir trotzdem feiern. Jo, das wär' auch wieder nix worden. Und dann, Mister Greene, gestern, gestern, wie du Mister Greene, du Absicht. Jo, und nun bin ich hier. Und nun, wie jeden Tag hier unsere Tour durch den Park. und vertritt uns noch die Bein, solange wir da hoch können. Jo, und, äh, ja, unsere Reise nach Portugal nächste Woche. Jo, meine Lehm, die warten wohl nicht stattfinden. Ne, die töift nur darauf, dass die Euro-Wings uns anruft und sagt, warte nix, geht ruhig. Und dann sind wir wieder zufrieden. Jo, und ansonsten, jo, wünsch' ich jo das Allerbeste. Kommt, kommt über die Runden und holt jo trüch. Nimmt Abstand. Mein Kameramann ist auch zwei Meter von mir entfernt. Und, jo, warte ich noch sagen wohl, ein Scholl-Groß an uns Ünner-Mieter. Nicht, hallo. Jo, und nun wohnt er. Jo, und ein Scholl-Platten-Freitag und schönes Weekend. Tschüss.